Eine neue Drehleiter für die hauptamtliche Wache der Feuerwehr Siegen wurde jetzt auch offiziell vorgestellt, nachdem sie ihre ersten Einsätze bereits absolviert hatte. Die 30 Meter Leiter ist zwar nicht länger als die alte, verfügt nun aber über einem obersten Leiterteil angebrachtes Gelenkteil. Dieses System ermöglicht es beispielsweise auch Gebäude über den Fierst hinaus auf der Rückseite zu erreichen. Das Mercedes-Fahrzeug mit Magirus-Aufbau ist außerdem mit einer separat lenkbaren Hinterachse sowie einer Luftfederung ausgestattet, mit der das Fahrzeug vor niedrigen Durchfahrten abgesenkt werden kann. Mit an Bord sind zudem Krankentragelagerung, Abseilvorrichtung, Wasserwerfer, Hochleistungslüfter, Stromerzeugungsaggregat und Flutlichtbeleuchtung. 720.000 Euro Kaufpreis wurden für das 330 PS starke und bis zu 18 Tonnen schwere Fahrzeug fällig. Die alte Drehleiter der hauptamtlichen Wache geht nun nach Geisweit, die alte Geisweider wiederum nach Eiserfeld und die alte Eiserfelder Drehleiter, die die älteste von allen war, wird abgeschafft. Ihr Betrieb wurde unwirtschaftlich und die Ausfallzeiten waren zu hoch. Natürlich soll die neue Drehleiter in erster Linie Menschenleben retten, aber auch für die Rettung von Katzen aus Bäumen sei man jetzt bestens gerüstet, wie Feuerwehrchef Matthias Eberts in einer kleinen Ansprache scherzhaft hinzufügte. Zudem verriet er noch, dass man wohl davon ausgehen könne, dass Katzen auch ohne Hilfe den Weg vom Baum herunter fänden, denn schließlich habe man noch nie ein Katzenskelett auf einem Baum entdeckt.